Wie wäre es mit etwas mehr Ausdauer? Mangelt es Ihnen an Selbstbeherrschung? Leiden Sie unter Konzentrationsmangel? Kommen Sie im Leben irgendwie nicht vom Fleck? Dann fehlt Ihnen garantiert eins, Selbstbeherrschung. Denn Selbstbeherrschung ist der einzig wahre Schlüssel für ein wirklich erfolgreiches Leben. Und sie bildet die Grundlage für Ausdauer, und zwar im geistigen Bereich. Hier ist Beharrlichkeit besonders wichtig. Wenn Sie sich die Lebensläufe erfolgreicher Menschen ansehen, werden Sie feststellen, dass Sie gerade im mentalen Bereich eine hohe Ausdauer an den Tag legen oder gelegt haben. Denn Beharrlichkeit ist das Patentrezept, um alle Probleme Ihres Lebens souverän aus dem Weg zu räumen. Lassen Sie sich helfen von meinem TV-Lehrgang Selbstbeherrschungstv. Stellen Sie Ihr gesamtes Leben endlich wieder auf die Füße. Sichern Sie sich mehr Lebensqualität. Meistern Sie souverän jede Herausforderung. Schauen Sie sich auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Neuigkeiten um. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Als ich mich nicht mehr vermiede, dann ist das Rademacher. Du bist sie nicht mehr. Ich bin geradeher zusammen. Das ist gut. Ich bin gerade noch ein paar Schlecher. Vielen Dank.